Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Visual Basic Tutorial. Heute geht es darum, wie man das aus Amerika bekannte Maze-Game erstellt, also sozusagen, dass man mit der Maus hier rumfährt und wenn man an die Wände kommt, dann fängt man wieder am Anfang an und man muss halt das Ziel erreichen. So, die Strecke ist nicht besonders schwer, aber es soll ja auch nur zum Testweg dienen, ihr könnt das selber machen, wie ihr wollt. Also erstmal zum Aufbau. Wir haben ein Panel genommen, das heißt, hier das große, hier ist ein Panel, das habe ich erstellt, ein ganz normales Panel, das findet ihr hier, zieht ihr da rüber, ja, und dann könnt ihr in dem Panel eure, sag ich mal, eure Wände platzieren, da habe ich einfach eine Picturebox genommen, ja, das ist eine normale Picturebox, die habe ich dann Wand genannt, ihr könnt die nennen, wie ihr wollt, kann auch einfach Picturebox bleiben, ja, dann habe ich die eingefärbt, hier bei Backcolor eine Farbe halt gegeben, das halt bei den Wänden halt eine Farbe ist, dann habe ich die Wände halt fertig gemacht, dann habe ich halt wieder eine Picturebox gemacht und so einen Anfangspunkt gemacht, den habe ich dann einfach nur grün gefärbt und ein, ja, Endpunkt, sag ich mal, der ist dann rot gefärbt. So, erstmal zum Code. Zuerst habe ich das Ende sozusagen programmiert, da klicke ich mal Doppelklick, nicht Doppelklick darauf, sondern auf einmal Einglick darauf und dann auf Eigenschaften und dann hier oben in den Events, also Ereignissen, gehen wir runter zu Mouse Enter. Das heißt ja auch, steht hier auch, tritt ein, wenn die Maus über den sichtbaren Bereich des Steuerelements bewegt wird. Und wir wollen ja, wenn wir darüber gehen, dass das dann was passiert und deswegen nehmen wir dieses Ereignis und hier habe ich auch schon eingetragen, Messagebox kommt dann und sagt dann, hey, super, du hast es geschafft und danach schließt sich dann das ganze Spiel sozusagen. Man kann dann natürlich noch irgendwie anders programmieren, dass man zum nächsten Level kommt oder sowas, aber das ist euch dann überlassen. So, den können wir gleich weitermachen, weil das war ja relativ einfach. Der Startpunkt hat keine Programmierung, sag ich mal, also der ist einfach, der ist nur grafisch da und ja, jetzt möchten wir natürlich, dass wir sozusagen, wenn wir das Spiel starten, ich zeige es mal eben kurz, dann fangen wir hier oben an in diesem Startpunkt und möchten dann, wenn wir gegen die Wand kommen, sozusagen, zack, wieder zurück. So, ja, wir müssen das Level jetzt hier durchspielen sozusagen, damit wir die Form schließen können, weil wir auch sozusagen deaktiviert haben, dass man hier oben gegenkommen kann, weil dann ist man sozusagen draußen, weil sonst könnte man ja einfach auf den Desktop gehen, so vom Ding her mit seiner Maus und könnte dann einfach zum Ziel gehen. Deswegen muss man immer auf diesem Panel bleiben hier. So, und das haben wir jetzt auch geschafft, hier ist es einfach, zack, gehen da rauf, das Level geschafft und so ist das Ganze. So, ja, jetzt zu der Programmierung des Ganzen, gehe ich mal in die Form und zwar muss man sozusagen alle Pictureboxen, die man hier genommen hat, die ganzen Wände hier, die alle markieren, so und dann muss man hier sozusagen auf Eigenschaften und dann Ereignisse und dann sozusagen nochmal auf Maus Enter klicken, dann macht er sozusagen dieses Maus Enter Event, ich sag viel jetzt auf sozusagen, macht er dieses Maus Enter Event, ja, das macht er dann für alle einzelnen Wände und ja, dann haben wir sozusagen jetzt hier unseren Code für alle Pictureboxen und hier möchten wir dann, ja, ein Panel nehmen, das wir hier dann mit der Location Offset einstellen, das heißt, wir haben ein Offset von 10, also von der Panel aus gesehen, hier oben links und dann halt 10 weiter nach da und 10 weiter runter, also hier so starten wir so. Das könnt ihr halt auch auf 0,0 machen, wenn ihr wollt, dann fangt ihr halt ganz, ganz oben rechts an der Kante an. Dann Cursor.Position sozusagen, also der Cursor ist ja unsere Maus, ähm, Point to Screen, dass der dann zu dieser Location hingeht, das heißt, dass wir, ähm, unseren Punkt setzen, sozusagen dieser Punkt hier, das ist der Punkt, der auf dem Bildschirm auf diesem Panel dann ist. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir starten mit diesem Befehlen immer an diesem Punkt oben links. So, jetzt gibt es dann noch diese Funktion, das wäre nämlich schon das ganze Spiel jetzt, die Funktion, dass man, wenn man hier rauskommt aus der, aus dem Panel, dass dann das sozusagen wieder von vorne anfängt. Das ist vom Prinzip her genau das gleiche wie oben, nur dass wir sozusagen jetzt das nicht in dem Mouse-Enter-Event machen von der Picture-Box, sondern von der Form. Das heißt, ich habe die Form jetzt hier anders gefärbt. Die habe ich jetzt, in welcher Farbe habe ich die denn hier genommen? Äh, Active Caption als Backcolor, damit man das unterscheiden kann. Und, ja, wir könnten natürlich das auch irgendwie anders lösen, aber ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass man, wenn man hier gegenkommt, einfach sofort wieder neu anfängt, weil sonst könnte man ja schummeln. Ja, das war schon das Tutorial. Ähm, ja, der einzige Nachteil ist jetzt, dass, wenn wir hier an die Seite gehen, fangen wir wieder von vorne an und dann lässt sich das nicht schließen, deswegen müssen wir das Ende erreichen, damit sich das schließen lässt. Und das war das Spiel und das war auch das Tutorial. Ja, etwas kürzer diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Ja, wenn das euch geholfen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und ihr könnt unseren Kanal auch abonnieren, wenn ihr das möchtet, dann verpasst ihr keine neuen Visual Basic Videos mehr. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.